Und wir verrecken nur, weil es eine einfache Form ist. Ja. So, mach gleich. Select. Ich hab mal die drei oder vier Formen. Ja, die erste Mal. Dreimal geht er zu Boden. Dann drittmal liegt er kundgültig. Und einmal haben wir es ja schon geschafft. Na, das ist ein Verarsche, oder? Oh, das ist noch geschafft. So, also jetzt liegt er zum ersten Mal. Oh man. Da drückt er sich einfach. So, du gleich wechseln. Oder willst du wieder? Ja, ich mach. Okay. Du suchst jetzt einfach so lange wie gehst. Ja. Ja. So weit in die Ehe getrieben. Ja, da können wir richtig Akte suchen. So, wenn ich jetzt die nächste Phase besteh, bist du wieder da. Wo? Ja. Du warst schon Schnee geschossen. Ja. Ja, aber die nächste Phase wird. Was? Jubel. Nicht dürfen wir, oh Gott. Nein. Und da hat er jetzt zwei geschossen. Oh man. Den schaffen wir noch. Ja. Aber ich glaub bei der zweiten Phase hast du besser. Ja. Ich mach jetzt einfach so weit wie gehst. Okay. So. So, das zweite Mal. Ich mach jetzt mal den Rechte. Ich mach jetzt richtig so gut. Nee. Finde ich viel geiler. Die Rechte. Jetzt bin ich eh wieder da. Wechsel jetzt klar. Ja. Okay mach ich. Oder soll ich erst mal versuchen so weit wie möglich? Ja. Ja. So, jetzt noch einmal du, Forse. Ja, jetzt kommen wir, ich springe. Scheiße, das kann ich einfach nicht, da bist du viel besser. Oh, geschafft. Das Glück von Domenhill. Haben wir das nicht immer? Ja. Jetzt kommen die Scheiße. Kommt zwei. Ich weiß. Alter, es sieht das an, ich bin wieder da. Ja. Ich hoffe, dass du wieder... Wow, nein, ich hab jetzt gar nicht dran gedacht. Nein, scheiße. Unser letztes Leben. Oh, shit. Da denkst du noch nicht mehr drauf. Nein, sie hat da nicht mehr drauf. Ich hab doch jetzt liegt er. Nicht, ja. So. Nein. Mensch, wieso wart ihr nicht einfach, bis die Kugel geschossen kommt? Die Schwierigkeiten braucht, du brauchst extra für mich nicht erhöhen. Nicht? Nein, da siehst du. Ja, missgehen wir. Aber auch, wir haben ihn gespeichert. Ja. Oh, Mann. Ich glaub, das wären zwei voll im Kicker-Roll. Ja, ich glaub's nämlich auch. Der Scheiß-Wichser. So. Jetzt hätten wir fast geschafft. Fast, ja. Und dann nach dem, dann geht's ja noch nach oben auch. Nein, 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 das war's. Oder war's bei Mainzer? Das war was bei Mainzer, glaub ich. Glauben heißt nichts wissen. Nee, auf jeden Fall, nach dem ist er endgültig fertig. Das will man dreimal zu Boden gebracht haben. Oder vielleicht das Spiel mal nicht, ich weiß nicht genau. Ich glaub, das waren nur dreimal. So. Du schießt, das dürfen wir echt nicht vergessen. Das brauchen wir letztens auch, haben wir, glaube ich, vergessen. Das ist genau wie beim 1er, wo er immer die Kugel geschossen hat. Das ist noch mal. Ja, die Rechte, die Rechte, die Rechte, die Gäste. So, es liegt das. Das war geil, wenn jetzt das Wasser bleiben würde. Aber es bleibt nicht. Und es kommt erst gar nicht. Geil. Das ist gut. Das ist voll geil. Nein, jetzt ist es kaputt. Also nach der ersten Phase. Ja. Aber das ist gut zu wissen, ja? Ach. Scheiße. Aber ich glaube, hier kommt jetzt dann richtig raus. Pass auf, der schießt, gell? Ja. Jetzt komm ich wieder, oder? Nein, jetzt rennt er wieder rum. Und jetzt macht er die Wirbeln hin. Oh Mann, oh Mann. Den müssen wir schaffen. Oh, jetzt kommt keiner. Und dann bin ich wieder da, oder? Ich hoffe es. So, es ist ja. Boah, jetzt legt er wieder. Jetzt geht es doch nach oben. Ich denke ich mal. Ah, du bist wieder da. Soll ich noch machen? Ja, mach es so lange, es geht. Ach, scheiße, es ist das. Oh, der war jetzt voll langsam. Ach, scheiße, Geist. Pass auf. Was? Der war unsichtbar. Ja, du siehst nur noch an den Spuren. So, und jetzt kommt, äh, ein roter Finger, glaube ich. Ich weiß es nicht. Oha. Nein! Rotzir, fix. Das gibt's doch nicht. Verdammt! wir waren soweit jetzt wissen wir dass nachdem noch der unsichtbar ist ja das habe ich echt nicht wusste ich dachte wo ist denn der jetzt und dann stelle ich witzig da muss man mal aufpassen nein mensch ich sterbe immer bei dem scheiß ich muss mir das fliegen abgewöhnt bei dem als zumindest wenn er den mann schießt so ein scheiß dreck komm das schaffen wir schon noch komm und dann ist es jetzt fliegen wir gut jetzt müssen wir es schaffen ich würde es mir gerne schaffen ja die geile ja die geile ich schoss so jetzt kommen die hüpfen die normalen die ersten schaffe ich auch noch da ja hier nachher müssen wir nicht haben es noch was ich versuch's so jetzt kommen die schwebenden. ja das war knapp. wenn du dich schaffst bin ich wieder da. ja nochmal. aber bis jetzt haben wir es immer geschafft außer einmal. ja. doppelt. nochmal doppelt. jetzt kommen die ganze an. ja. nein. jetzt werde ich fast gehen. ich hasse den scheiß Impost ey. der King-Trober-Meinser finde ich überhaupt auch schwerer. Grellis Schneid-Morbel weg. das wird die Kräfte wegschneiden. ja die braucht kein Schwein. also bei mir auf meiner Fassung will ich sie schon machen aber wenn du sie nicht wissen kannst mach ich schneide ich sie über die weg. er ist auch wieder ewig in so viel Zeit habe ich nicht. was du meinst. ja dann sagst du halt einfach ciao und ich schau sie dann noch an oder wir sagen dann einfach wenn wir besiegt haben ciao und ich nehme einfach weiter auf. ja und so. wird eigentlich vor einer stunde hin. echt? so und. zack. haben wir besiegt. das erste mal. jetzt kommen die springen. ja. halt normal. so. 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 in. so. 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 zack frisst das so wie schießt er zweimal auch knapp zweimal zweimal und verdammt wieder die bildschirrung mache pause stimmt ich kann die pause machen woran liegt es dass die bildschirrung da ist ich mache alles noch mal rein weil es kann nicht sein oder das war letztens auch dass irgendwer den ofen angeschalten und dein fernseher klingelt ja aber der ofen ist ausgesteckt knapp vielleicht ist in einem anderen zimmer der ofen an das glaube ich nicht auf jeden fall ist das bild immer noch sehr instabil da gab es immer die gleiche Reihenfolge weiter ist so ich mache es sich denn bis bei den Messern das ist wieder Bildschirrung die Hälfte ich meinen wieder raus Bildschirrung die vierte und was auch nicht ich habe gedrückt macht natürlich sehr viel schwieriger Alter sie mal wie gut du bist du bist ja durch das hätte ich vorher auch geschafft werden wo auch irgendwer also das schneller möglich ist oder was das was noch sein könnte ist der kontaktierter werden sie erwarten ich sag da wird irgendeiner im Raum nebenan oder so hat den Ofen angeschaltet oder so den Radiator richtig der wo Strom ziehen und Ende ich weiß auch nicht wieso das ist beim normalen Spielen wird passiert ist nicht aber wenn wir über eine Game Capture spielen also mit aufnehmen dann es ist da und seine scheiß Bildstimme ich glaube der scheiß aber was können sie sein wir sind wahrscheinlich zu suchen bei Ikolata oder so ja damit nur das mal jetzt irgendwie spielen ist auch nicht das ist blöd total scheiße dann kannst du ruhig dann ja der ohne Scheiß der kriegt Anschiss so so man das ist aber schafft ja auch die dumm Bildstörungen ist die ersten wirklich in den neuen Sender waren und dann gleich scheiße dann so er springen gleich kurs ist das ein zweites mal das müssen wir er ist nach jetzt wieder besser aber noch geht für mich gleich wieder so ich das machen ja was auf der russ und dann wirklich uns vor du musst pause drücken habe ich scheiß bildstörung aber ich glaube ich bin ja ich ich bringe Rekulat um du musst jetzt so wenn du dran bist du kannst nur du pause gehen ja mach ich dann auch nein langsam scheiße du wirst ich bin auch langsam nee wirst du nicht wir mussten jetzt dann noch einmal treffen dann ist er besiegt jetzt ist sie vorbei die scheiß bildstörung ich hab keine lust mehr was den Rekulat eine Rechnung schreiben warum das LP nicht fertig geworden ist das hilft euch nicht ich geh jetzt rüber wir schauen jetzt nach wir machen jetzt zum unterbrechen und dann reiß ich alle scheiß Sicherungen raus alter alle nicht nicht die von meinem Zimmer sonst äh also bis gleich bis gleich ja tschau